Halli Hallöchen und Willkommen bei TTT. Heute haben wir den Dalu Card, den Items for Sacred, den Judi Wörsel, den Kundran, den Maru und den Tautau mit dabei. Wer redet denn noch mal so in der Klinik? Ist das wirklich das gewesen? Ich hätte warten, das hat ein bisschen schneller hier reden. Peter, hallo, war trotzdem so komisch. Peter. Hallo Peter, 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 Peter? Das ist das Kindheit. Das die Kinder lustiger gibt, die Kinder hassen. Kennst du die Polyparade vor euch nicht? Doch klar. Ne also. Ich, Peter Peter. Und das ist ne Prostituierte. Ja, komisch, ist aber so. Wenn man dir ganz viel Geld gibt, dann mach ich ganz tolles hin. Weißt du, was ich gerne mal wissen wollte? Wenn ich dich mit so einem... Oh ja. Wenn ich dich mit einem Grappling hochkomme, mach ich mal auch noch meiner. Hey Moment, wie bist du hier oben? Wer ist da oben? Kumpa, wie bist du da hochkommen? Über die Wände? Bist du irgendeine Kletterklasse? Nein, einfach über die Wände. Ja, da kommst du da hoch. Irgendwo ist ja ein schräger Weben. Ja, ja, ja. Guck mal, da hinten sind auch alle da drauf. Am Schrei kommt der noch so. Gar nicht, nur Kundan ist da hoch. Äh, äh. Wo, wo ist so... Ah, da drüben ist dein Friends. Okay, danke. Noch einer oben. Kristall, ähm, Tau? Moment, mein Kristall stand hier. Mein Kristall stand genau unter mir. Was, unter mir? Nee, unter... Nee, hier, Julie! Julie! Julie hat was chosen! Gar nicht wahr! Dann bist du tot! Ja, doch, das war sie schon. Was für haben sie? Okay. Hast du Glück gehabt, ey? Ich glaub, sie hat den Schneeball noch mir geworfen. Ach so, ja gut, das hab ich nicht gesehen. Ich war direkt über euch. Boah, ist die der Schneemann? Nee. Ob das glaube ich nicht. Ich... Wird auf jeden Fall da doch kein Schneemann. Nee, nee, ihr habt keine Musikgeleur. Wo seid ihr hochkommen? Verdammt noch mal. Das ist die World's Trader hoch. Ja, 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 ja. Das ist schon richtig frech. Kann man da oben auch drauf oder so? War das ein Grappling? Ja, aber das ist ja... Du gehst ja nicht von meiner Kompetenz aus, das Ding im richtigen Moment drauf. Mal, äh... Ah Gott, war da. Juli muss wachsen. Ich bin echt blind wie die Nacht finster. Warte. Ich glaub, noch keine Geräusche. Ah, da war eine unsiegbare Mauer. Juli ist gedroppt. Hier, ich smoke dich ein, schnell. Mach den ja die größten unsiegbare Mauer. Ich suche dich hier. Ach, da hab ich Juli. Ich komme! Mach ist rau. Ich kochse, ich komme. Wir hab ich nicht get stret. Es brennt, nach sieerspärent. Mauer ist tot, ne? Braucher. Da dach du dich完 foto des тожеkommens verucon HAVE GESMISSEN. Nein! Und da hat es ne weh getan. Ich hab da ich so eine Anhängliche Katze an mir ... Das war eine ... Gares rat ers未ande oder Kunrat des Todes. sagen einer von den beiden hallo maxi schießt doch katzen wo ist er ich glaube der ärgert sich richtig dass er verfehlt hat fbi open the door ja ich will nicht so fbi open up hier nochmal was hast du gemacht warum wir beide gestorben maxi und ich haben uns verliert wie seid ihr beide gestorben ich war bei den dater ja ja als items mit dem grappling geflogen ist habe ich ihn auch nicht zum set getroffen gute runde maru ja ja wenn er wird der zweite gewonnen gewonnen durch nichts zu sehr gut ich habe zwei gekillt dallo und kunden ran ja also und julie und julie wiederbelebt ja wenn dallo runter gefallen und so eine halbe hp hatte ich musste ja erstmal gucken ich habe glaube ich ein baby in den rücken bekommen ne ich hatte beide die zu erweitern die wies im shop da du wasser und dort hat man da eigentlich cool dann weil kann man schon ziemlich lang vor wo sie klebt habe eine sekunde das leben genau ach so genau und wenn du wen abstiegst kielst du bist du auch tot ja ja das war sie ich bin wieder ziefen grünen so viele ab einfach vergessen abo ab 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 eien ab erst mal soviel aufgetriebs das hat Today glaube ich die überhaupt є ach shit wir kommen auf die mauer hoch moment wenn das ein jackal oder negro ist dann tut es mir leid ich bin da in dem moment nach oben warum solltest du denn hoch springen in dem moment wo ich gesprungen hat er gezogen ich habe mich in der glocke versteckt oder sanders nein das war den effekt sogar gesehen okay ich schaue es einfach nicht auf die scheiß dumme kleine kanten du bekommst aber du fliegst wenn du fallschaden kriegen würdest du stirbst versuch von anderen höhe von hier ja du müsstest automatisch floten ja da kommt nade hier frest du mal das nehmt smoke übrigens kressi fressi ja ja okay das ist ein paar so ein zwei metern fächsern zu floten aber ganz cool aber das sterben und erstes gilt das tun alle tau zu dem taum ich hoffe ich werde jetzt nicht getötet doch nur langsam jemand hat was angemacht oder ausgemacht oder mirro oder resistance mirro hat schwer ausgemacht er hätte es wieder entgegen hörst du das nicht? ich habe den zweiten zuhör aber gehört ne ne ich meine das was ich ich meine hast du den sparten kicken gehört das meine ich wo war das? das war von meinem damage her eh nicht genug julie war vendetta nooo julie stich mal am hau ab nein moment wer hat julie jetzt abgestochen? die leiche oben von tau tau julie nochmal stich drauf julie 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 tak können wir julie hinrichten? ihr job ist ja getan ne graphnade? ach du scheiße aber wo? warum gewächse aus? ich habe dich geworfen maxi wenn du maxi das warst du mach keine dumme ein du hast keine dumme ein du hast keine dumme ein ja du hast dich umgedreht da hast du so gesagt julie das warst doch du oh ist julie losgeflogen? ne abgelaufen die ist schon alt wie der schlechte magerquark julie ist abgelaufen aber warum kommen wir zur zweiten breathnade? maxi ist es? maxi ist es gar nicht wahr du dreht steht er hinter mir wer war das denn? er floated um zu euch nein ich will nicht ich will nicht also irgendwie hat der spaten kick nicht funktioniert spaten kick muss man richtig nah ran ich bin in julie drin gestanden Aber Juli hat es auch nicht gehört, bei mir hat er geschrien, das ist Sparta, aber Juli hat auch nichts gehört. Ja ne, den hört es ja auch nicht mehr. Achso. Weil das hat die Fähigkeit von Breach. Ah, das ist noch ein Update mit Breach, ok. Hab ich total gemutet, hör ihn trotzdem noch. Ah, ich hab mein Tessi auch geteilt. Aber unhöflich einfach zu muten. Was? Der letzte CSGO noch gemutet. Weil IAC ist Ghostburg, genau. Äh, Leuvetsch, sorry. Weil Kuntra Leuvetsch. Kapuzenwitz. Kapuze. Du wirst erst mal direkt stehen. Ja, hör mal. Ich muss mein Ei noch brüten. Alter, ich hasse Chaos. Moment, war wirklich Chaos an? Ich war gar kein Chaos an. Nein, nein, ich war kein Chaos an. Nein. Ich hab nämlich jetzt töten. Was war das denn? Deine eigene Kopie, Frau Blutscher. Da hin einem ist es, der hat was reingeworfen. Nee, eigentlich nicht. Nein, das war Dalu. Wenn du jetzt nicht aufhörst, dann bist du Dalu, oder? Ich drücke dir einen Klick mit der Püste. Das ist auch Gold, die Laufstab. Da. Was ist das? Da? Dalu! Da! 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 dass es items ist vielleicht ist es ja geflogen und hat das gleiche besser finden ich habe damit nicht zurecht was sind eigentlich taucher gewesen und schuldig ist der und der war inno trade entdeckt da war julie hallo ja natürlich ist es die katze julie schmerz links von dir ja julie finde ich hier drin julie in dem ja genau rechte seite machen machen sehr gut ja vor allem war es eigentlich klar nachdem da du ja neben mir stand und du nichts gemacht hast richtig ich hab's halt auch wirklich nicht geblickt ich habe mich mit julie beschäftigt ich weiß nicht weil mein kollegium hat doch ihr beide auf die letzte leitung beschäftigt uns mit julie und dann verfasst man alles an ja haben wieder einer toto töten ist sehr angenehm wenn ich ihn nicht hören muss ich höre ihn halt doppelt ich höre ihn in game ach so ja sorry keine ahme warum das bei mir in game ja das ist eigentlich meine absicht einfach komplett auf null ja dann muss ich auch auf null haben weil ich habe auch noch nie wenn ich eben reden ich habe alle auto blicken er ist super lad aber ich habe ja ding jetzt geht's einfach mal bei mir spielen keine ahnung ihr schieft von pusher tor weg dann aber es geht jetzt war es ja warum und sie wird jetzt auch noch mal dafür entschuldigen dass du mal ich bin absolut blind ja habe ich nicht immer auf mein kristall ja nimm mir noch einen anderen aber wahrscheinlich weil der andere kristall da steht ein kompanie kristall ein kompanie kompanie von der bett kommt leise soll ich dich heilen da hallo blickst du denn hinsen random damage kann übrigens von links so richtung item ach das ist das schwick vom gegner o ja es kam von der rampe da was machst du doch items ich beschütze diesen kristall in meinem leben ok wieso weil er meinem trader kollegen gehört und er kaputt macht ok wie soll der super villain denn der tote den kristall kaputt machen ach der ist tot aber ein zeitkick für den kaputt machen irgendjemand geht hin und macht ihn kaputt ich habe ich zu items werfen verloren dann fliegt das ganze feuer umher die weg lauf ich habe schon auch noch eine rein und das habe ich auch nicht ich habe noch eine reingeworfen die team mit der leiche ich habe gerade kurz gedacht ich habe kein leicht mehr auf dem kampf kann man getätet also wenn wir jetzt nekro ein gest und zeitkick oder 1 dann halte ich mich halt anders mich auch aber ich bin trotzdem von der wand gefallen das ist eigentlich deine nein 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 gehört mir das verstehen das verstehe ich nicht das ist nicht im damage habe ich nicht sogar selber benutzen abbekommen also ich habe eine ich bin aber der meinung dass julie gezielt maru töten wollte ja aber warum weil sie genug zeit hatte im totenreich zu gucken wer sonst noch so böse ist glaube ich war ja auch nichts gemacht ja aber im spectator kann man das ja sehen ich glaube maru ist nekro nein war ein chaos als ob ich das nicht gleich entführt hätte kundran böse kundran ist böse kundran tot was warst du kundran äh nekro ja auf der map keine chance klar ich dachte maru ist nekro weil er gesagt weil er sich so sicher war es gibt einen also so äh ne zwei böse wegen jacquard und zeitgärte ok auf jeden fall nekro weiter gibt es ja nur ein oh nein wurde wieder verliebt gar nicht du warst nie tot aber wie hast du julie dazu gekriegt dich anzugreifen oh ich glaube ich bin verpackt die war doch Tee die wollen doch alle angreifen das hat so in deine logik reingepasst manchmal gibt es keine ich war noch verpackt ich bin als vendetta gerade gespawnt ich habe Leben verloren in der preparing force aber dafür ist ja das killfeature gar nicht so schlecht mhm du musst die anderen Leute beschuldigen damit was passiert du musst irgendwen halt das gehen oh wir haben glaube ich diesen wir haben den pack mit dem kristall ja ah ja wir haben von der grafnate glaube ich oh dann ohne Fähigkeiten die Runde hey ohne Fähigkeiten ne das ist von euch müsst ihr wieder skill haben Leute na toll ich habe meinen komplett verkauft gehabt ich habe niemand besessen du hast 3 cent dafür bekommen ich habe meinen nicht mehr gebucht hey ich kann wieder Fähigkeiten ach kein kristall ein 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 fliege eine fliege eine glorgel das ist eine piste ja also die piste und hat schon mehrmals auf ihn geschossen jetzt machst du mich zum zeit mit der sidekick piste ich glaube jetzt schießen andere leute auf uns auf die auf die zeit es ist ein bisschen extrem hey da wurde auch die hier ist zu hoch geflogen ist da noch einer ganz oben die war da kurz aber ist ganz schön wieder gegangen wird natürlich auch lustig und da so du kannst ja trotzdem normalen hätte schon wieder die wir machen weißt du also der gegner weiß ja auch nicht und die zeitgegeben ist bitte 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 das ist leider zu beleidigt das ist aber wieso weißt du das ist gelogen und wusste dass das kein trader ist müsstest du jetzt nicht eigentlich froh darüber sein wenn sie sagt dass ein random kill weiß ja dass du bist erschossen hat die beschuldigten das sind die hier gemacht verdächtig warum hier lachthof ist damit an die frische luft ja er hatte doch was da die idee ich habe die aus den angeln geholt aua ja so hier rechts ich war nicht vor die tür laufen will also maro noch ich bin ja jetzt ist noch maro weil maxi hat dir den doorbuster an dalus tür gemacht das hätte er wohl nicht gemacht und da ist eine gute frage oder hat warum ich überlege gerade ob maxi an deine tür wenn du trader wärst und doch was da machen würde am stormpunkt ist gerade jemand gestorben vorsicht warte 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 nicht gewartet ok oder ist mir leid ich war nicht vor zwei runden damit das mag ich war da noch nie drin und ich bin vor zwei runden gesehen dass der maxi reingehaut und ich wollte einfach mal nachschauen was da ist und ich dachte machst du das denn für braun düstere kammer, raum den ich nicht kenne du hast die ganze Zeit den blutfleck rumgelaufen du hast die ganze Zeit den blutweck rumgelaufen wenn euch das kleine röntchen gefahren hat lasst einen like, schau mal im vorweis und bis zum nächsten Mal tschau 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 tschau